Guten Morgen, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit einer neuen Folge Gute Zeilen, Schlechte Zeilen. Diesmal geht's weiter mit den Let's Showplay Folgen 447 und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ähm, ja, Folge 447 auf Umwegen nach New Venango. Ähm, da sind wir von dem Skelettspawner, den wir da entdeckt haben. Ähm, und, ähm, zack, 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 er einen Bogen geht. Jawohl, da sind wir auf einem Umweg nach New Venango gegangen. Ja, und, äh, ja, haben einfach mal so im Norden so einen Bogen gemacht, haben tolle Gegenden entdeckt. Und, ähm, ja, 187 Aufrufe. Wie viele Kommentare? 13. Gehen wir mal rein, hier haben wir sie alle wunderbar den Anfang gemacht. Godpiece 12. Schöne Entdeckungstour in die neuen Biome. Ja, das war auch Sinn der Sache. Die mal kennenzulernen und da mal sehen, was da so Neues erzeugt wird. War auch ja tatsächlich an einer Ecke wirklich ein ganz, ganz neues, äh, Biome. Eins von den neuen Typen. Ähm, dabei. Ähm, am besten holst du dir ein Buch mit, solange du kein Mapping möglich hast. Schreibst dir die Koordinaten des Very Important Place rein. Ähm, ja, dann, guter Tipp, ähm, sich ein Buch mitzunehmen, in das man selber reinschreiben kann, äh, und halt einfach unterwegs dann die Koordinaten zu notieren von Plätzen, die wichtig sind. Ähm, man kann auch ganz normal natürlich ein Stück Papier nehmen oder so. Aber ich komme ja so mit meinen Markierungen, äh, auch ganz gut zurecht und finde die Dinger dann halt auch auf der Karte dann immer wieder, so. Vaga Vanillo, mein neuer Stammkommentator hier, schreibt auch als Podcast zu genießen, aber lieber nicht mit dem mobilen Datenvolumen. Ja, über das Handy solltet, äh, YouTube-Videos natürlich nicht in HD gucken, ne, sondern dann die Auflösung runterstellen. Dann wird auch das Datenvolumen kleiner, ne, ähm, ähm, weil die Daten abkamen, das weiß ich auch nicht. Ne, ähm, Respekt, wenn ein 15-Euro-Headset so lange hält. Ja, das war ja noch eine der letzten Aufnahmen mit meinem alten Headset, äh, von dem sich ja inzwischen das, äh, Mikrofon verabschiedet, ne, nach, ich glaube, fünf Jahren. Ja, also die ganze Let's-Play-Zeit habe ich es, äh, gehabt, das sind ja über drei Jahre mittlerweile. Ähm, ähm, und halt schon vorher, äh, im, im Einsatz gab, wenn auch mehr als, äh, Kopfhörer, weniger als Headset. Ja, das Ding hat wirklich, äh, gute Dienste geleistet und war, wie gesagt, einfach vom Grabbeltisch. Und, äh, ja, seit vielen, vielen Folgen, seit einigen Folgen, nehme ich ja auf mit meinem Ersatz-Headset auch vom Grabbeltisch im Elektronikmarkt. Das ist ein Hammer. Warte mal. Ähm, nee. Ein Sony DR-G 240. Ja. Ein Sony DR-G 240, ähm, so ein Genickbügel, ähm, Headset. Ähm, für mich ist der Bügel ein bisschen klein. Das klemmt irgendwie immer hinten im Genick, beziehungsweise dann reiche ich dich bis an beide Ohren ran. Ähm, ähm, aber, ähm, ja gut, der Tragekomfort ist nicht so gut. Aber, ähm, hat halt auch nur 10, 15 Euro gekostet und schlägt sich ja auch recht wacker. Wie ihr hört, äh, der große Vorteil, es hat nicht nur eine Lautstärke-Regelung, äh, in so einem kleinen Knopf im Kabel, sondern auch eine Mute-Taste, dass ich das Mikrofon stumm schalten kann. Deswegen habe ich mir das Ding also dann mal geholt. Ähm, ja, es schlägt sich aber wirklich wacker, muss man sagen, hört sich ja recht gut an. Ähm, schauen wir mal, wie lange das durchhält. Ähm, ne, ähm, und sorgfältig behandelt habe ich das alte Headset auch nicht, ehrlich gesagt. Ne, also ich habe es zwar nicht durch die Gegend geschmissen, aber, ne, besonders sorgfältig abgelegt habe ich das auch nicht immer. Naja, ähm, ne, Werbung will ich nicht einschalten. Das lohnt sich bei meinen Aufrufzahlen einfach nicht. Ja, und, ähm, ich denke mal, die werden auch nicht so weit wachsen, dass sich das lohnt. Ich denke, wo es sinnvoll wäre, wo ich drüber nachdenken würde, wenn wir so an tausend Aufrufe pro Video rankommen. Aber davon sind wir ja nun weit entfernt. Ne, ich erfreue mich ja doch eines einigermaßen exklusiven Status, um es mal so zu formulieren. Ähm, ähm, von daher, ähm, eher also sowas wie Werbung schalten, monetarisieren, Netzwerke und so weiter für mich in Frage kommt. Ähm, da muss ich bei den Aufrufzahlen erst noch einiges tun. Einiges tun. Und, ähm, ja, momentan grübelt es auch ein bisschen so in mir. Machen wir gleich mal den Schlenker, wenn sich die Gelegenheit so anbietet. Ähm, ja, mit dem Kanal ein bisschen was anderes zu machen, ein bisschen umzustellen sich. Ähm, ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass schon lange kein Let's Show Play Minecraft mehr gekommen ist. Ich bin zwischendurch immer mal wieder in Minecraft drin, laufe so ein bisschen durch die Gegend und warte darauf, dass mich so die Lust anfällt, da irgendwas zu machen. Sie hält sich aber noch hartnäckig im Hintergrund irgendwo verborgen. Ähm, ja, und das zieht sich jetzt halt schon so ein paar Tage, Wochen, ähm, hin. Ähm, dass ich also nicht so recht weiß, was ich da mit, mit Minecraft, mit dem, mit dem Show Play, ähm, machen soll. Ähm, ähm, schauen wir mal. Ich will noch nicht so das, das Ende einläuten, aber, ähm, kann sein, dass für mich halt, äh, aus, aus Minecraft, aus dem Let's Show Play, ähm, ja, wie sagt man so schön, die Luft raus ist. Ähm, mal schauen. Ähm, mal gucken, vielleicht wird's mit dem 1.8er Update dann wieder was, aber dann ist auch wieder die Sache, dass man keine Mods einsetzen kann und so weiter und so. Und so, ne, irgendwie, momentan, seit einer ganzen, äh, Zeit leider. Ähm, 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 und, ähm, ja, so richtig zu einem Entschluss gekommen bin ich da ja nun auch nicht. Ähm, es steht ja auch eigentlich aus, äh, eine Sonderfolge, äh, zum Dreijährigen. Jubiläum vom Let's Show Play Minecraft, ähm, da habe ich aber auch nicht so den Drang, mich daran zu setzen und da irgendwas zu machen. Äh, es ist momentan einfach schwierig, ähm, na, schauen wir mal, wie es wird. Ähm, vielleicht nach einer längeren Pause diesmal wieder irgendwann, dass es dann weitergeht. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Na, entweder ist es auf einmal, popt eine neue Folge da, ne, oder ich mache dann zwischendurch mal, äh, wieder eine, eine Channel News, ähm, wo ich dann ansage, wie es mit dem Let's Show Play Minecraft weitergeht. Ja, das, äh, erst mal soweit dazu. Ja, Stichwort Monetarisierung, wie gesagt. Erst wenn die Viewzahlen hier kräftig anziehen, ne, dann wird drüber nachgedankt. Ähm, ja, dass, äh, YouTube hin und wieder mal leckt, äh, beziehungsweise mit dem Firefox mal Videos nicht abspielt, ist mir auch schon, äh, passiert. Naja, ne, ich habe es ja auch geschrieben, bei meinen Viewzahlen würde selbst das Abzahlen des alten Heads Monate dauern, äh, bis da halt eben die 15 Euro zusammengekommen sind. Ja, und selbst wenn sie zusammengekommen sind, werden sie noch lange nicht ausbezahlt, sondern erst ab 50 Euro, glaube ich, oder sowas. Je nachdem, also ist alles erstmal kein Thema mit Monetarisierung, ne. Ähm, ähm, von daher, ähm, auch dickes Danke hier für die drei Daumen hoch, die der, äh, Kommentar hier von mir dann, äh, bekommen hat. Ähm, ähm, ist ja schließlich auch so, dass mit dem Monetarisieren der Videos zusätzlicher Aufwand entsteht, ne, Lizenzen, Nachweise, die man dann bringen muss und so weiter. Und, ähm, ja, es wäre natürlich auch die Versuchung größer, eben zugunsten der Viewzahlen meinen eigenen Stil, meine Eigenarten so ein bisschen, äh, zu vernachlässigen, ne. Ja, muss man ganz ehrlich sein, die Versuchung ist einfach immer da, ne, wie weit man ihr dann nachgibt und wie weit man sich dann, äh, im Klaren darüber ist, dass man dieser Versuchung nachgibt, äh, ist natürlich immer der einzelne Fall, äh, um den es da geht, da muss halt jeder selber sehen. Ja, aber wie gesagt, für mich kommt es eben einfach, äh, alleine von den Viewzahlen her, lohnt sich das einfach noch nicht, da irgendwas zu machen. Ja, danke dafür, ja, gibt es sicherlich auch viele andere, äh, Let's Player oder Kanäle, sind ja nicht nur Let's Player, die auf YouTube unterwegs sind, ähm, die das verdient hätten, mehr Views zu haben. Zum Beispiel, äh, fällt mir ein, der Double Club, ne, den habe ich ja nur recht lange schon auf meiner Empfehlungsliste und, ähm, ja, die haben sich halt auch nicht so entwickelt, wie ich das erwartet habe, ähm, obwohl, sehr, ähm, ja, sehr engagierte Videos machen, aufwendig produzierte Videos mit Ideen immer dabei, ähm, gut über Geschmack kann man ja ab und zu immer mal streiten, ne, ähm, aber was die Jungs machen und wie sie es machen, finde ich prinzipiell gut. Und, äh, ich hatte eigentlich erwartet, dass sich die zum Beispiel wesentlich besser entwickeln, ähm, ich kenne sie, glaube ich, jetzt, oder verfolge sie so seit einem, anderthalb, zwei Jahren, Pi mal Daumen, kurz nachdem sie, ähm, ihren Kanal aufgemacht haben, glaube ich, äh, bin ich auf sie aufmerksam geworden. Und, ähm, ja, anderthalb, zwei Jahre ist das her, glaube ich, und, ähm, naja, die haben halt 700 Abonnenten und, gut, einige hundert Videoaufrufe pro Video, ähm, aber für das, was sie machen, finde ich das ehrlich gesagt auch zu wenig, ne, das sind auch so Leute, die hätten da durchaus mehr verdient. Naja, ähm, ja, ähm, weiter geht's, äh, Zulanix meldet sich hier, das neue Bild, das du entdeckt hast, gefällt mir sehr, joa, da kommen einem sicher gleich wieder Bauideen, aber das sind auch so viele Projekte in deiner Welt, hehehe, ja, ähm, also über Mangel an Baustellen kann ich mich ja nun, weiß Gott, nicht beklagen, ähm, was das Stream angeht, probier's mal aus, aber erwarte nicht zu viel, ja, technisch und Zuschauerzahlen hier, wie auf YouTube langsam zum Erfolg gehen, ja, ähm, mal sehen, ähm, da ich momentan, ähm, ja, zu Minecraft, eh nicht so die Lust habe, ähm, und eben Minecraft doch wahrscheinlich das wäre, äh, was ich, äh, streamen würde, ähm, denke ich mal, wird's da erstmal nix, und, ähm, ja gut, ne, so ein altes DOS-Strategiespiel zu streamen wäre vielleicht auch was, weil man da halt mit wenig Bandbreite, äh, auskommt und keine hohe Bildqualität braucht, ich hab ja einen normalen DSL-Anschluss, wo ich halt eben maximal 1MB im Upstream habe, und der ist ja für das, äh, streamen entscheidend, ähm, ähm, ganz vorm Tisch ist das Thema nicht, aber, ähm, es schlummert doch so ziemlich im Hintergrund, sagen wir mal, ja, ähm, wenn ich da was mache, werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, das wird ja also dann auf meinem Kanal natürlich angekündigt, ja, und, äh, klar, Zuschauerzahlen werden erstmal noch sehr viel geringer sein, als die Viewzahlen auf den Videos, das ist mir klar, dass ich da vielleicht in meinem ersten Stream, äh, mit maximal einem Dutzend Leuten, äh, unterwegs bin, ähm, wäre aber auch, äh, soweit okay, ähm, ne, solange halt gute, gute Stimmung ist, äh, interessante Kommentare und Dialoge, ähm, da kommen, ähm, solange es halt einfach Spaß macht, ist das doch, ist das einfach okay, ähm, schauen wir mal, wie gesagt, wenn sich da was ergibt, wenn ich da was Konkretes mache, äh, was Konkretes mache, nicht Konkretes mache, Konkretes mache, ähm, dann werdet ihr natürlich davon erfahren, ne, ähm, was schreibt er hier noch, ich will ja keinesfalls die Motivation oder die Idee schlechtreden, nur vor zu großem Übereifer waren, ja, he, 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 ne, also, he, Übereifer, nicht mehr nach drei Jahren YouTube, he, 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 da hat man doch, wenn man drei Jahre durchhält auf YouTube, da hat man so ziemlich alle Illusionen, glaube ich, verloren, die man sich da gemacht hat, haha, na, oder Übereifer, so, ähm, was schreibt er noch, würde mich aber freuen, mal so etwas zu sehen, du kannst es ja mal über ein Hangout testen und dann schauen, wie es dir und den Leuten gefällt, ähm, ja, Hangout, ähm, ist so ein Thema, ähm, wahrscheinlich würde ich es halt darüber realisieren, ähm, ich habe aber gehört, dass man über Hangout wirklich nur Webcam-Aufnahmen, ähm, streamen kann, und dass das also sofort blockiert, ähm, sobald man versucht, die Webcam, ähm, umzulenken oder mit einer simulierten Webcam, ähm, zu arbeiten, um dann eben halt einen Spielausschnitt, ähm, zu zeigen, weil mein Gesicht möchte ich immer noch nicht in die Kamera halten, ja, ähm, käme halt auch nochmal auf den Versuch an, sobald es da was konkretes gibt, Pläne, Ideen, werdet ihr es natürlich erfahren, ja. Wappelfilch schreibt hier, ich freue mich immer wieder, wenn du eine Folge holst, danke dafür und uns an deinen Abenteuern teilhaben lässt, dein XP-Farm ist geil geworden, danke. Zu den Twitch-Streamen würde ich mich mal interessieren, ob du auch die Siedler 3 oder Age of Empires, zwei U-Walt-Spiele, an und um die 16.2 spielen würdest. Ähm, ja, die Siedler 3 habe ich möglich tatsächlich noch irgendwo rum zu fliegen, ähm, habe ich damals, äh, gespielt, das war glaube ich noch zu Windows 95 Zeiten, ähm, hat mich allerdings nicht so gereizt. Die Siedler 1, äh, habe ich mal kennengelernt über eine Heft-CD, also Bestseller-Games oder sowas. Ähm, und Siedler 3 habe ich mir dann mal, äh, auch so eine, ähm, eine Vollversion mit Add-On gleich, äh, geholt. Wie gesagt, ich hole mir meine Spiele ja immer mindestens zwei Jahre nach Veröffentlichung, ähm, wenn sie dann im Retail im Sonderangebot sind. Ähm, ähm, und, ähm, ja, es hat mich, äh, so das Spielprinzip hat mich nicht so gereizt oder auf Dauer motiviert. Es ist halt doch, ähm, immer wieder, ja, doch mehr oder weniger dasselbe, dass man halt seine, seine Strukturen, seine Basis da, äh, ausbaut, ja, die Wirtschaft ans Laufen bringt. Und sobald man halt einen kleinen Vorteil hat, gegen Vorsprung hat, gegenüber dem Gegner, baut man den einfach immer weiter aus und am Schluss überrennt man den, äh, den Computergegner einfach. Und, ähm, ja, das macht halt so dann immer die zweite Spielhälfte, wo man halt den Computergegner fertig macht, immer recht langweilig, finde ich. Ähm, ja, und da habe ich mich oft dabei ertappt, dass ich das Spiel einfach nur noch gespielt habe, um es einfach zu Ende zu bringen. Und, ähm, naja, ähm, ähm, Age of Empires besitze ich, äh, wie gesagt, nicht, ähm, aber aus der Anno-Serie besitze ich nur 1701, und zwar die Königs, äh, Edition. Ähm, der Haken ist aber eben, dass, äh, Echtzeitstrategiespiele gar nicht so mein Fall sind. Mit rundenbasierten Strategiespielen komme ich also wesentlich besser klar. Na, ich habe es ja hier auch geschrieben, ne, Ressourcen anhäufen, Truppenbahn bauen und Gegner fluten. Ähm, und im Prinzip ist es ja bei, bei 1701, äh, oder bei den anderen, bei der Anno-Serie, ähm, ja, ähnlich. Ähm, ich habe tatsächlich mal eine Partie Anno versucht zu spielen, länger zu spielen, mit einem Computergegner auf der einfachsten, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Ähm, und ich habe die einfach nicht fertig gekriegt. Äh, ich weiß nicht, wieso. Also, das hat dann auch immer gedauert und, 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 nee, äh, das, das war mir irgendwie dann nichts mehr. Na, ähm, ja, hier habe ich ja auch geschrieben, ne, bei Anno-1701 habe ich selbst auf dem niedrigsten Level nicht mal den simpelsten KI-Gegner plätten können. Hm, ja, Echtzeitstrategie, nicht meine Stärke. Na, ähm, Hongs meldet sich hier, sorry, dass ich in den letzten Episoden nichts von mir zu lesen war. Ja, keine Affäre, aber ich muss ehrlich sein, ich habe schlicht und einfach keinen Bock zu tippen. Joa, tippfaule Phase und so, haben wir ja alle mal. Nicht schlecht, die XP-Farm? Danke. Und wie üblich, klasse Baustil im Gebäude drumherum an der Decke, wo der Sandstein verbaut ist. Hallo, so. Ach, das ist der, ähm, äh, ja, der Skelettspawner, den wir entdeckt haben, zwischen blödes Kaff und, ähm, Hamsterheaven. Genau, den habe ich ja noch, äh, ausgebaut und eine schöne Hütte, äh, draufgesetzt. Ne, ne, ja, Decke habe ich inzwischen, ähm, ausgebaut, das sieht also sauber aus. Ähm, effektive XP-Farm mit Skeletten, das gibt es übrigens auch in Ravine City. Was gibt es in Ravine City nicht? Mal so gefragt. Hey, dort kannst du die Mobs ohne Waffe in der Hand one-hitten. Ähm, ja, also, es ist ja nicht genug, äh, es ist ja nicht so, dass ich nicht in freier Wildbahn genug Skelette, äh, und andere Monster, ähm, äh, schlachten würde. Ja, naja. Ähm, also jetzt noch ein Update, Wait to Pressure Plates und so weiter, um auf einen Schlag Level 30 farmen zu können. Halleluja. Äh, einfach eine Splash-Portion rein, ein paar Dutzend Skelette auf einen Schlag. Aha, von da hat er jetzt 8-2-2, okay. Wer sich für das interessiert, eine tolle, ähm, XP-Farm, ne, basierend auf, äh, Skeletten, ähm, schaut mal bei Dataless 8-2-2 vorbei. Der hat auch ein paar richtig coole andere, äh, Bauwerke auf seinem Kanal, also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, nicht nur wegen des Texture-Packs, das ich benutze. Ja, ähm, ähm, ja, Dataless Texture-Pack noch in der Beta-Phase, ist inzwischen, kam auch, glaube ich, ein Update raus. Ich muss mal gucken, ob es wieder ein Update gab. Ja, ähm, schauen wir mal, was da noch kommt. Und, ähm, ja, bleib bitte eine Weile bei diesem Werk-Tab-Pack. Jo, denke ich schon. Ähm, kann das sein, dass sich diese Episode chronologisch vor der letzten abspielt? Zahlendreher oder sowas? Ähm, müsste ich in der Antwort dann sehen. Ähm, wir hatten ja kürzlich die ganze Bau-Session, Talk-Talk ist auch schon Geschichte. Jo, äh, es kann durchaus sein, eine Bau-Session hatte ich ja, dann auch mal nachkommentiert. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, ne, Twitch, Mindscreen, Minecraft-Livestream mit Taschen und Films, das wäre mal eine Premiere. Ja, natürlich wäre es eine Premiere, wenn ich sowas das erste Mal mache. Ne, ähm, wie gesagt, schauen wir mal, ähm, was draus wird. Ähm, alternative wäre halt so ein DOS-Klassiker als Livestream oder als Hangout, wenn Google das mitmacht. Ne, ne, mal schauen. Dann freut er sich auch über die neuen Biome. Schön, für diesen neuen Dirtblock braucht man für gar so eine Silk-Touch-Verzauberung. Jawohl. Ähm, ausgetretene Tampel-Phase. Genau, mit den neuen Blöcken kann man halt eine Menge machen. Ähm, ähm, ah ja, okay. Haha, er packt mir dann schon ein paar Sachen noch in die, äh, tun. Und klar, muss man erst, muss man gleich richtig setzen, da man sie nicht wieder abbauen kann, außer mit Silk-Touch. Na, was haben wir hier noch? Äh, Gravel Spezial dort ersetzen. Okay, ja. Und diese Erkundung wird wohl definitiv in die Geschichte eingehen, denn einen Unterwasser-Canyon sieht man in der Tat nicht alle Tage. Ja, ähm, den habe ich ja inzwischen auch schon bei, äh, Hamster Heaven, äh, ja, ausgebaut. Beziehungsweise erschlossen. Ja, ähm, da hängt ja dann auch noch eine Mine dran. Und ein Stück weiter ist ja nochmal, äh, so ein Unterwasser-Canyon. Also, na, an der Messerküste, die wir da haben. Ähm, da gibt es ja noch einige schöne, äh, Ecken. Ja, äh, die Golems von New York haben sich vermutlich irgendwo in der Weltgeschichte verkrümelt. Man muss ein NPC-Dorf leider einmauern, wenn man diese Golems am Abhauen hindern will. Ja, ähm, ist natürlich ein bisschen schade, äh, dass man jedes NPC-Dorf eigentlich einmauern muss. Einmal, um die, äh, Bewohner für den Monstern zu schützen. Andererseits, äh, die Bewohner daran zu hindern, abzuhauen. Oder auch halt die Geis, äh, die Wachen dann ab, darin dann, äh, abzuhauen. Ja, ne, dadurch werden halt die NPC-Dorf irgendwie alle gleich, ne, sprich mit Mauer drumherum. Ähm, na. Ah ja. Ähm, kein Stress wegen der Daten auf dieser Festplatte. Ja, das ist, äh, immer noch nicht, äh, in Angriff genommen. Ähm, das war da die Daten, äh, zurückholen. Und, ähm, wenn es soweit ist, kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Dann werde ich nämlich nochmal die gesamte Welt auf jeden Fall zum, äh, Download anbieten. Ja, ja, so eine Kommentarwurst sieht man auf YouTube wohl auch nicht alle Tage. Richtig. Ähm, dann haben wir hier noch Andorin. Nach langer Zeit meldet er sich auch mal wieder. Schön. Ähm, ich liebe immer noch diese Überlänge. Und zwei Daumen auf den Kommentar. Oh ja, schön, danke. Und, äh, schön wieder von dir zu lesen. So. Ja, soweit die Kommentare zur Folge 447. Gehen wir weiter. Folge 448. Bausession und Kakerlakenleben. Da habe ich nämlich wieder vorgelesen. Ähm. Ähm, die Höhle mit der Mine wird ausgebaut. Das ist alles, äh, Hamsterheaven. Ja. Schauen wir hier mal. Ach, man sieht natürlich nichts. Ja, aber das sieht man hier. Das ist Hamsterheaven, ähm, was ich da ausgebaut habe. Namen hatte das damals allerdings noch nicht. 154 Aufrufe, 17 Kommentare. Geil. Ähm, den Anfang machen hier die Spielschweine. Echt nice. Sympathische Stimme noch dazu. Danke dafür. Da gibt's noch mehr, falls ihr daran interessiert seid. Hehehe. Äh, bin ja nicht erst seit gestern auf YouTube. Und die Stimme habe ich auch nicht erst seit gestern. Äh, Lawrence Manning. Manzing fragt hier, warum so viele Dislikes? Ähm. Was haben wir? 5 Dislikes? 18 Likes? Naja. Also so einer bis drei sind eigentlich normal. Keine Ahnung, warum keiner der Disliker, der hat sich die Mühe gemacht, einen Kommentar zu schreiben. Wer weiß. No. World Games 2000 meldet sich hier kurz und bündig. Wieder schöne Folge. Jo. Danke dafür. Und Sadio Gaffer Becker. Wieder sehr schön gebaut und sehr interessantes Buch. Gute Folge. Ja. Ich habe nämlich, äh, vorgelesen aus, äh, La Cucaracha oder die Stunde der Karga Laken. Ja. No. Sehr gutes Buch. Ähm. Einer von meinen, meinen Dauerfavoriten, sage ich mal, den ich also auch schon, ähm, selber, ich denke mal, mindestens das vierte oder fünfte Mal, äh, gelesen habe. No. Ähm. Ähm. The Clobison meldet sich hier nach einer harten AW Arbeit. Arbeitswoche? Okay. Eine schöne Folge, letztes Spiel von Datschmann. Ja. Habe mich sehr gefreut. Vor allem das Buch finde ich sehr amüsierend. Ja. Ist es auch. Ähm. Es wird nachher noch härter. Also da sind Dinge drin, die könnte man auf YouTube nicht zeigen. Hast du schon über so etwas wie ein Weihnachts- oder Silvester-Special nachgedacht? Ja, Gedanken habe ich mir darüber da noch nicht gemacht. Und wie ihr inzwischen wisst, habe ich auch kein Weihnachts- oder Silvester-Special gemacht. Oder auch immer noch nicht mein Jubiläum-Special zu drei Jahren Let's Showplay Minecraft. Gut, für ein Weihnachts- oder Silvester-Special ist es inzwischen ja definitiv zu spät. Mit dem Drei-Jahres-Jubiläum-Showplay irgendwas, weiß ich noch nicht. Black Denso, cooles Video, aber warum null Abos? Ich lasse meine Abos einfach nicht anzeigen. Deswegen steht da null Abos. Hättest viel mehr verdient, ja als null, danke. Und, oh, Entschuldigung, aber danke für dein Abo. Ich habe mich da leider nicht revanchiert, weil aber für Abo nix mein Ding. Solanix, kann es sein, dass du Folge 447 übersprungen hast? Das letzte Let's Showplay war 446. Ja, okay. Habe ich dann wohl erst Folge 448 hochgeladen, dann Folge 447. Macht aber nix, ihr seid ja damit klargekommen. Solanix, was schreibt er hier noch? Irgendwie gefällt mir diese Folge nicht so wie die anderen Vorlesefolgen. Liegt bestimmt daran, dass es mich vom Bauen her an die unterirdische Westung vom Vorbuddler erinnert. Ja, beziehungsweise an Toglodytia. Die ich ja noch schon kennengelernt habe, die sind Höhlentouren, nicht so mag. Dazu kommt noch so, das ist recht aglinierend, aber teilweise auch humorvoll. Aber einfach nicht sein Geschmack. Ja, kann immer passieren. Und ja, La Cucaracha muss auch nicht wirklich jedermanns Geschmack sein. Das ist schon ein bisschen was Spezielles. Da ist es vollkommen okay, wenn man auch einfach sagt, nee, ist einfach nicht mein Ding. Dazu kommen hier noch ein bisschen an einigen Textpassagen aufgrund ihrer soziologisch und politisch fragwürdigen Inhalte. Also politisch korrekt ist das Buch nicht. Es ist auch ein bisschen vor der Zeit geschrieben, als das so auf dem Stand war wie heute. Und ja, es zieht natürlich über ein bisschen, ja, das Thema Political Correctness wird da schon ein bisschen auf die Schippe genommen, aufs Korn. Das stimmt. Ah, trotzdem hat er die Folge komplett angeschaut, um sie ein Bild davon zu machen. Sie ist definitiv nicht schlecht. Danke, aber aus meinem Geschmack nicht an die anderen Vorlesefolgen heranreicht. Ja, ist auch vollkommen okay so. Das vielleicht mal als Vorbild, so wie man halt, ja, sagen kann, ist okay, ist gut gemacht, aber einfach eben nicht mein Stil. Stand einfach nur zu schreiben, öh, scheiße. Vielleicht mal als Vorbild für andere. Ja, er sagt klar, okay, ist nicht mein Ding, hat mir nicht so gefallen. Sagt auch, warum es ihm nicht so gefallen hat und sagt aber auch, was ihm halt gefallen hat oder was er stattdessen halt lieber mag. Das ist konstruktive Kritik. Damit kann man umgehen. Wunderbar, danke dafür. Daumen hoch. Bubblefish, ich freue mich tierisch über die Vorlesefolge, das Buch ist echt toll. Ich hoffe bald noch mehr aus deinem Repertoire an Büchern hören zu dürfen. Ähm, ja. Wie gesagt, wie es halt mit Minecraft weitergeht mit dem Let's Showplay und damit halt auch mit den Vorlesefolgen. Steht halt in den Sternen. Ähm, ähm, und, ähm, ja, mal schauen, ähm, bei anderen Spielen, also das, was ich jetzt zum Beispiel als Nebenprojekte mache, ähm, da bietet es sich halt nicht an mit Vorlesefolgen. Und, äh, bei Starmate zum Beispiel, klar, da könnte man jetzt so eine Bausession machen, wie man es halt von Minecraft kennt, ähm, und halt dazu was vorlesen. Ähm, das, äh, möchte ich aber nicht so die Vorlesefolgen. Das soll schon spezifisch, extra speziell für das Let's Showplay Minecraft sein. Exklusiv für das Let's Showplay Minecraft. Ja. Okay, melde dich erneut an, um einen Kommentar zu posten. Klasse. YouTube. Google. Egal. Bevor wir jetzt mit Folge 449 weitermachen, Albtraum YouTube, wer sagt's denn? Was für eine Überleitung. Hehehehe. Was für eine Überleitung. Ja, LeFloid. Hehehe. Würde sich alle elf Finger danach ablecken. Hehehe. Ja. Aber, bevor wir jetzt, äh, mit Folge 449 weitermachen, Albtraum YouTube, gönne ich mir ein kleines Päuschen. Bis gleich. So, da, da sind wir wieder. Äh, knapp halbe Stunde haben wir schon. Also, Folge 449. Äh, die Kommentare dazu viel mehr. Ähm, werden dann den Abschluss dieses einhundertsten, äh, gute Zeilen, schlechte Zeilen Videos, ähm, bilden. Ja, Folge 449, Albtraum YouTube, ne? Ähm, da hab ich gesprochen über den Content-ID-Blitz, wer sich noch dran erinnert, ne? Da hat YouTube auf einmal ein bisschen an den vielen Schrauben des Content-ID-Systems gedreht. Und auf einmal hatten viele Let's-Player, viele YouTuber, viele Reviewer, ja, auf einmal haufenweise Content-ID-Treffer. Und ich hab hier einfach mal so die wichtigsten Videos dazu zusammengefasst. Und, äh, ja, darüber gesprochen, ähm, 224 Aufrufe, das Thema kommt offensichtlich an. Oder war es nur das Stichwort YouTube und Albtraum im Titel? Was da so gezogen hat, ich weiß es nicht. Ja, 17 Kommentare. Schauen wir rein. Oh, da, 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 den Anfang macht hier Crush Didi. Endlich hatte ich mal wieder die Zeit reinzuschauen. Danke dafür. Nach knapp zwei Jahren zuschauen bei dir, hab ich mir jetzt mal die Vollversion zugelegt von Minecraft. Okay. Auch im Hinblick auf die nächste Mitbauaktion. Ha, ja. Ist halt die Frage, ähm, ob es nochmal eine Mitbauaktion geben wird. Ich werde auf jeden Fall, äh, die Welt nochmal zum Download anbieten. Ja, also auch wenn ich das Let's Showplay Minecraft beende. Auch wenn wir unter Umständen nicht, äh, die, äh, die alten Teile der Welt, die bei meinem Rechner-Crash dann verloren gegangen sind, nicht wieder rekonstruieren können, werde ich auf jeden Fall die Welt nochmal zum, zum Download, äh, stellen. Wenn ich die alten Daten natürlich rekonstruieren kann, dann natürlich mit, äh, den Sachen, die wir da im Süden gebaut haben. Nämlich mit Troglodytia, mit, äh, Wladirostet und so weiter. Das, was wir da im Süden alles Tolles gebaut haben. Ja, ähm, dass ihr die Welt einfach nochmal dann habt und dann selber dort, ähm, weiterbauen könnt. Ja, schauen wir mal. Ähm, es wird auf jeden Fall dann nochmal angekündigt, der, der Download, ne, wenn er dann kommt. Na, Rallemann schreibt hier, findet das schlimm, dass YouTube uns so behandelt, wie sie wollen? Ja, Vertrauensmissbrauch, haben die Langeweile oder keinen Stich bekommen? Ne, ne, ne. Wie soll das nur weitergehen? Ja, gute Frage, nächste Frage, wie das weitergehen soll. Ähm, es ist einfach, ne, von der, von der Machtbalance her, doch sehr einseitige Beziehung zwischen YouTube und den YouTubern. Ne, ne, ähm, unabhängig davon, ähm, dass jetzt Google, äh, damit im Boot sitzt, ähm, wenn er euch die Nutzungsbestimmungen von, von YouTube durchlässt, ne, ähm, da kann YouTube eigentlich, äh, machen, was es will, ne, und selbst als, als Partner, äh, kannst du dann nur dann mehr oder weniger dumm aus der Wäsche schauen. So einfach ist es, ja. Ja, ähm, das ist halt der Haken daran, dass es zu YouTube keine wirkliche Alternative gibt. Ne, die anderen Video-Hoster sind alle, äh, uninteressant schon alleine aufgrund der geringen Zuschauerzahlen, ähm, die sie bieten. Ja, ähm, von daher, hm, muss man halt mit YouTube leben, ne, friss YouTube oder stirb oder so, ne. Ja, genau, ne, Kevin MacLeod, einer der größten Kanäle, äh, was freie Musik angeht, rechtefreie Musik, äh, angeht, ne, der würde unter U-Hebrich stehen, ey, das würde hier so knallen auf YouTube, wenn er seine Sachen ins Content-ID-System reinhauen würde, ähm, wovor es, ja, allerdings nicht schützt, ist, wenn er sagt, okay, das und das Stück war bisher rechtefrei und er verkauft dann die Rechte daran, ja, und der neue Rechte-Inhaber, hm, der haut dann eben auf YouTube zu, ähm, da ist dann auch, äh, Kevin MacLeod relativ schuldlos. Ja, ähm, das ist einfach so in Sachen Urheberrecht, ja, und, ähm, jeder, der selber Inhalte produziert, ja, möchte halt auch, dass die zu ihm zurückverfolgt werden können und dem nicht einfach, äh, geklaut werden, sei es im einfachsten Fall bei YouTube zum Beispiel, wie es dem Tom Thompson passiert ist, ja, dass jemand einfach seine Videos runtergeladen hat und auf seinem eigenen Kanal dann hochgeladen hat. Ja, äh, so eine Sachen, ja, das, äh, würde selbst dem kleinsten YouTuber, äh, auf den Keks gehen, ne, vor allen Dingen, wenn dann eben auch noch Werbung draufgeschaltet ist, so eine Sache, na, naja, ähm, das ist halt so eine Sache, ne, mit dem Urheberrecht, mit dem geistigen Eigentum, ähm, sobald man da selber was macht und sobald man selber, äh, mit seinen Inhalten Geld verdient, geschweige denn sogar seinen Lebensunterhalt beschreitet, ähm, sieht man da nachvollziehbar, sicherlich vieles anders, ne, als man es so als einfaches Internet-Kiddy, sag ich mal, äh, sieht, na, dass einfach nur im Internet gibt's alles gratis und umsonst, ne, ob egal, äh, ob legal oder illegal ist egal, ne, es gibt alles, ja, ähm, ähm, da ist halt in den letzten Jahren einfach auch durch das Internet, ähm, ja, ein bisschen was, was eingerissen, ähm, finde ich, da ist einfach in vielen Fällen auch, ähm, gar kein entsprechendes Unrechtsbewusstsein mehr da, ja, und, äh, das führt halt dann auch, äh, zu solchen Zwangsmaßnahmen, ja, ähm, ähm, wenn das also mit dem, äh, wenn ein Kopierschutz zum Beispiel nicht nötig wäre, weil jeder die Software kaufen würde, hätten wir die ganzen Probleme nicht, ja, aber es ist leider nicht so, ne, von daher, ne, ähm, ja, mit dem Content-ID-Treffer, den ich hatte, ähm, auf ein, äh, ein Bild-Treffer, äh, in einem Gute-Zeilen-Schlechte-Zeilen-Video, wo ich also im Prinzip hier nur eure Avatare, äh, zeige und jede Menge YouTube-Text, das, äh, ist schon ein Ding, ähm, der ist allerdings inzwischen auch, äh, abgesäbelt, ja, den Content-ID-Treffer gibt's nicht mehr, ne, hat ein bisschen gedauert, bis YouTube das abgearbeitet hat, aber, ja, ne, ne, wenn's soweit ist und du den Hut nimmst und gehst, dann komm ich mit, ja, ähm, fragt sich nur, wohin man dann geht, ne, ähm, wenn ich irgendwie die Plattform wechseln sollte, ich hatte ja mal angesprochen, ähm, einfach mal den Versuch zu machen, ähm, und zum Beispiel eben das Flatout, Let's Play, die Episoden, die ich da habe, mal bei anderen, äh, hostern hochzuladen, um zu sehen, wie es da ist, einfach, ne, weil, ähm, einfach so, ja, als Experiment mal, mal sehen, wie könnte was anderes als YouTube funktionieren, ne, ähm, hab ich aber noch nicht, äh, gemacht, ähm, schauen wir mal, ob ich's machen werde, ich werde euch da aber auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ja, The Clovisun, gute Folge, der Unterschlupf nimmt, äh, der Unterschlupf nimmt langsam Form an, hm, ich glaube, das mit dem Dudelsack ist von Braveheart, ähm, weiß ich jetzt nicht, worauf du da anspielst, achso, ne, das mit dem Dudelsack, ähm, bei, äh, Gongs Let's Play Minecraft ist immer wieder mal eine, eine Melodie mit dem Dudelsack, äh, 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 zu hören, die ich kenne und ich bin der Meinung, die ist von einem, äh, Galizier, ähm, ähm, also in Galizien war halt auch der Dudelsack gespielt, nicht nur in Schottland, ähm, der halt diese Mischung aus, aus Dudelsack und, und, und Pop, äh, Sinti-Rhythmus, äh, gemacht hat, da auch relativ erfolgreich war und, äh, der Band unter der Künstler heißt meiner Meinung nach Evia, also H-E-V, nicht H-I-V, H-E-V, I-A geschrieben, müsste man mal gucken, ja, ähm, ähm, na, aber egal, ist Gronkh-Sache, muss er mit klarkommen, ne, ähm, ja, würde ich freuen, Livestreams von dir zu sehen, ja, hatte ich ja schon angesprochen, wenn es soweit kommt, werde ich euch jeden, auf jeden Fall, äh, äh, benachrichtigen, hier auf, äh, YouTube. Bei Twitch-TV ist es außerdem einfacher, mit dem Werbungssystem umzugehen, aha, ähm, ähm, ja gut, äh, bevor man dann bei, äh, Twitch-TV Partner wird, äh, dass man also dann Werbung auf die eigenen Videos hat, beziehungsweise da dann Geld verdienen kann, ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz lange und andere Geschichte, ähm, oder auch bei Twitch-TV dürften die Nutzungsbedingungen relativ einseitig sein, ja, ähm, ähm, das heißt, als Twitcher bezeichnet man so die Leute, die bei Twitch-TV streamen, ich weiß es nicht, Twitcher, hm, schreibt es mir in die Kommentare, hehehe, ähm, wenn die, die Nutzungsbedingungen und das Machtverhältnis, ähm, wird da ähnlich sein, ne, genauso wie bei YouTube, brauchen wir uns, glaube ich, nichts, nichts vorzumachen, so, ähm, ähm, es sind schon 4.000, wenn ich einen Treffer hätte, würde ich gar nichts unternehmen, weil ich keiner damit einen Cent verdiene und wie schon sagt, sie meisten sind auch damit einverstanden, wenn man deren Material einfach nur zeigt, ist halt die Frage, ja, sie müssen nicht notwendigerweise einverstanden sein, ähm, 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 das kann halt eben, ähm, das hängt dann halt von dem Rechteinhaber ab, wie, wie es dann weitergeht, ne, er kann einfach Werbung auf dein Video schalten und die Einnahmen kassieren, hm, ja, auch wenn sein Inhalt nur für 10 Sekunden zu sehen ist und der Rest des Videos von dir ist, ähm, ähm, äh, er kann aber auch sagen, nö, zack, Schnauze voll, ich mache einen Strike und wenn du davon drei Dinge hast, ist dein Kanal erstmal weg und nicht nur erstmal weg, sondern auf ein Immerwiedersehen, ja, da verweise ich nochmal auf die Videos vom Videoamt, äh, zu dem Thema, die ihr ja hier in der Beschreibung habt, ja, ähm, ähm, deswegen haben sich ja auch so viele Leute, äh, darüber aufgeregt, weil mit diesen Content-ID-Treffern eben einfach nicht zu spaßen sind. Sie sind zwar bei weitem nicht so schlimm wie ein richtiger Strike, aber sie sind die Vorstufen dazu, ja, und ein Ärgernis ist es allemal. Ähm, 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 Vagavanello, kann es sein, dass sich ein Content-ID-System, das in Google selbst ins Knie schießt, weil ja selbst Wasserblumbern gestriket wird? Ja, ähm, klar, Wasserblumbern ist natürlich ein Naturprodukt, aber die Aufnahme, die kann durchaus urheberrechtlich geschützt sein, indem man jemand nämlich sagt, hier diese Aufnahme habe ich gemacht die gehört mir dieses Wasserblubbern dass es natürlich tausende andere Sorten von Wasserblubbern gibt, wo man relativ einfach ein ziemlich ähnliches Wasserblubbern aufnehmen kann ist eine andere Sache so ist es halt mit Recht und Gesetz und Verträgen aber naja, schauen wir mal es hier weiter schreibt GZSZ habe ich eben keine Musik drin höchstens im Vorspann da gab es aber nie Probleme sondern es wurde tatsächlich ein Treffer auf dem Bild gemeldet und ja was ich ja schon gesagt habe zum Beispiel eben Videos von einem anderen Kanal runterladen, auf dem eigenen Kanal hochladen so eine Sachen finde ich gar nicht gut weil es ist einfach unverschämt da wird halt eben einfach wirklich sich geistiges Eigentum angeeignet und dann eben auch noch Werbung auf den Videos drauf und dann vielleicht sogar die Videos noch in schlechterer Qualität hochgeladen und so eine Späße bläh ja ja die Werbeeinnahmen sollten erst fließen wenn klar ist, dass der Anspruch berechtigt ist dem ist aber leider nicht so ja die Werbeeinnahmen fließen schon sobald der angebliche Rechteinhaber sagt hier dass diese Inhalte gehören mir ja und schon zu dem Moment davon leben wirklich eine ganze Reihe Firmen dass er einfach willkürlich Urheberrechtsansprüche anmelden Content ID Treffer machen und eben solange das Verfahren bei YouTube läuft solange das bei YouTube geklärt wird kassieren die eben einfach die Werbeeinnahmen und leben davon ist leider so ja früher waren die ja mit Netzwerken geschützt heute nicht mehr ja das ist dann auch wieder so eine Sache was für eine Art von Partnerschaft man hat ne ob man jetzt Managed Partner ist oder Affiliate Partner dazu gibt es auch wieder jede Menge Sachen auf YouTube und naja ja Haken ist leider dass ich denke mal viele Multichannel Netzwerke also Netzwerke die viele Kanäle in ihrem Programm haben dass die gar nicht so viel für ihre für den einzelnen YouTuber da machen können na denn die Netzwerke verdienen ihr Geld letztlich auch nur an der an der YouTube Werbung indem sie halt davon ihren Anteil abzweigen und den Rest an den YouTuber weitergeben na die wollen halt auch sehen wo sie bleiben na die sind die Netzwerke sind nicht für uns YouTuber da Punkt na sondern die Netzwerke sind dafür da um an YouTube mit Geld zu verdienen na äh ist ja löblich dass da nur die Stelle zensiert wird ja wenigstens das na wenn man also Musiktreffer auf seinen YouTube Videos hat gibt es ein Video von Videoamt Tutorial ähm wie man das äh dann also entfernt die Musik auf den aus dem Video und es ist tatsächlich so dass also nur der entsprechende Ausschnitt dann ähm gemutet wird wo die Musik ist und die anderen Stellen dann äh äh unverändert bleiben na so habe ich halt also auch die Content-Indeed-Schöfer auf meinen Videos äh rausbekommen wo ich halt zum Beispiel mal im Trackmania Video war auf wo ich auf dem Server war und da war halt auf dem auf dem Track auf der Rennstrecke war halt mit Musik dabei die dann über den Server abgespielt wurde na und da hat also der der Trackbauer der die Musik in die Strecke reingepackt hat ähm halt keine rechtefreie Musik genommen mhm okay ja sowas also das ist da nicht äh erfreulicherweise alles ähm los geworden genau ähm ähm was genau ähm ja die GEMA ist ist noch ein ganz anderes ähm Kapitel ähm 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 auch da verweise ich wieder auf äh ja einige ja bekannte Videos natürlich vom Videoamt äh zu dem Thema ähm ähm ja Vimeo Dailymotion ähm 7 Video ähm meinst du mein Video wahrscheinlich ähm muss man mal gucken wie gesagt ich hab das Experiment also noch nicht gestartet werdet euch aber da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten ne ähm ähm ja Zitatrecht klar gibt's im Deutschen Recht das Blöde ist nur YouTube ist amerikanisch und da gibt es kein Zitatrecht ja ähm von daher äh kann man das knicken na ähm bei einem deutschen Hoster sieht das vielleicht anders aus ähm da kann man vielleicht mit einem äh Zitatrecht argumentieren na wenn man gegen Content-ID-Treffer vorgehen will das Netzwerk kann einem die Urheberrechte nicht wegnehmen äh es sei denn man unterschreibt einen entsprechenden Vertrag ja dass man nämlich äh um im Netzwerk Mitglied zu sein beziehungsweise dass das Netzwerk einen managt dass die Rechte an den eigenen Videos an das Netzwerk übergeben das geht durchaus in der Musikbranche ist das also alltäglich dass man die Rechte an seinen Songs verkauft und dann eben nichts mehr davon hat ähm ja Eigenbedarf zack Facebook ist sowieso das krasseste ja AOL die CDs genau das waren noch Zeiten ähm ja Google hatte tatsächlich mal einen eigenen äh Videodienst Google Video der halt eben nur nicht gelaufen ist ne deswegen haben sie YouTube gekauft ne naja ähm Berufsleute heute aber auch nicht dass es war naja außer man ist Beamter oder vielleicht selbstständig Vorsicht Selbstständig Selbstständige arbeiten erstens selbst und zweitens ständig ja macht euch da mal bitte kein falsches Bild ja wenn du schon mit einer 40 Stunden Woche Probleme hast dann schmink dir das mit der Selbstständigkeit bitte einfach mal ab weil da arbeitest du mehr als 40 Stunden in der Woche ja ohne Probleme ja ähm das mit den befristeten Arbeitsverträgen die es ja heute noch gibt ähm ja ist halt so eine Sache ne ähm kann natürlich sein dass sich das Ganze einfach mal irgendwann umkehrt ne sobald Arbeitskräfte wieder äh gefragt sind ähm beziehungsweise ja muss man dann halt sich auch selber drauf einstellen und sagen ähm also hier befristeter Vertrag bin ich maximal ein, zwei Jahre in dem Laden was soll ich mich hier besonders engagieren ich sehe zu dass ich hier möglichst viel an Erfahrung mitnehme möglichst viel an Qualifikation mitnehme ja und sich dann schon drauf vorbereiten dass man nach Vertragsablauf woanders arbeitet da muss man einfach ein bisschen knallhart sein denke ich mal ja ähm Mitarbeiter die die Firmen halten wollen auf die kommen sie nämlich schon zu und bieten denen dann auch entsprechende Verträge an ähm 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 naja da habe ich ja hier dann auch einiges dazu geschrieben ne so dann haben wir hier wieder Rallemann wir sollten wirklich mal mit vielen Leuten für einen Monat oder so YouTube verlassen und nicht immer sagen wir gehen und dann doch immer dasselbe Spiel ähm wird man nicht durchziehen können na das ist eine Sache die einen Kampf den muss jeder für sich selber ausfechten ähm da wird man glaube ich äh gerade von den Großen wird man nicht einen dazu bringen da irgendwie in einer Richtung äh mitzuziehen ähm ja und wie gesagt auf anderen Plattformen ist es ja was diese Bedingungen angeht nicht besser ähm ähm ja ähm ähm der Erste der sich da was einfallen lässt der hat vielleicht die Chance äh recht gut Geld zu verdienen sagen wir es mal so rum ne ähm ähm es ist natürlich eine Sache äh Videos zu hosten kostet einfach unheimlich viel Geld ja das muss man mal sehen und äh sich darum zu kümmern dass das dann durch Werbung wieder finanziert wird ist noch eine ganz andere Sache ähm sehr aufwendig natürlich ja und ähm ihr könnt euch ja mal die Preise bei Filehostern oder bei äh bei Hostern generell so wie 1&1 und so weiter äh bei Webhostern äh ansehen ähm ähm da wird eben auch nach Übertragungsvolumen bezahlt ja und wenn ihr HD-Videos äh runterladet und die gucken sich tausende Leute an dann kommt da ruckzuck was zusammen das wird richtig teuer ja also so ganz einfach ist es mit einer Alternative zu YouTube auch nicht ne Zulain X schreibt hier ich glaube auf YouTube wird es einfach nie langweilig werden richtig momentan sind sie auch wieder ständig dabei am Layout rumzubasteln ja es vergeht kaum ein Monat ohne einen Skandal ja Updates oder andere Dinge über die man sich aufregen könnte richtig ich denke mal das wird auch noch lange so bleiben klar gibt es da immer wieder Themen zum Reden die Gefahr dabei ist aber eben ähm dass man quasi so mit YouTube äh Scheuklappen durch die Gegend läuft ähm als YouTuber ähm dass sich dann auf einmal alles nur noch um YouTube dreht und YouTube sich quasi um sich selber dreht ähm und ähm das was außenrum passiert dann gar nicht mehr äh zur Kenntnis äh nimmt oder als Thema irgendwie auftaucht ne äh äh muss man ein bisschen aufpassen ähm ähm generell gefällt mir aber wieder nicht wie die Leute so eine Panik schieben ja für Leute die Geld damit verdienen und das sind inzwischen ja eine ganze Menge gerade auch in den in den Vereinigten Staaten ähm ja ähm die da wirklich äh betroffen sind ja ähm und wie gesagt es gibt ja eben keine andere keine keine nennenswerte Alternative zu YouTube ja das muss man leider auch mal so sagen ja ähm ähm YouTube könnte wirklich äh ein bisschen Konkurrenz gebrauchen dass es diese Konkurrenz nicht gibt das liegt an den Zuschauern Punkt ja ähm 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 genauso wie es halt zu Facebook äh im Prinzip ja keine Konkurrenz gibt ne weil eben alle bei Facebook sind und nur nur bei Facebook ne oder halt äh Twitter ne so ähm ähm aber man kann sich schon vermeiden versuchen zu vermeiden und es ist eben kein Strike ähm ja der Haken ist aber eben gerade für die Leute die mit YouTube ihr Geld verdienen mit den Werbeeinnahmen die sind in dem Moment weg wo es eben diesen Content ID Strike äh äh gibt äh ob der Anspruch tatsächlich rechtens ist hm so lange kassiert der ne hatte ich ja schon gesagt ähm ach solcher Treffer schon recht lange ich habe ihn in diesem beantwortet ohne Folgen ja ähm außer dass halt auf einige Werbung vom Publisher geschaltet wird richtig ähm kann aber auch genauso dann passieren dass du auf einmal morgen auf diesen Videos einen Strike hast und dann ist dein Kanal weg ja weil bei drei Strikes bumm ne ja ähm weiß ich nicht ja ich meine wenn man YouTube nur als äh als Hobby macht ist das sicherlich nicht so schmerzhaft ja ähm aber auch wenn man YouTube als Hobby macht und vielleicht schon seit einiger Zeit dabei ist sich ne äh sich eine Community aufgebaut hat ähm ist das dann schon herbe wenn dann da auf einmal der Kanal weg ist und wie gesagt man kriegt ihn dann nicht wieder ne damit ist Ende ja schöner Baustil den kennen wir schon von einer anderen Station richtig Troglodytia ja trotzdem kann man wieder ein wenig sich Dinge abschauen wie man auch noch der Werde etwas ordentlich einrichten kann und die Gelegen kann gut ausnutzen ja danke dafür ne ähm ähm der sagt hey äh das ist meine Gameplay Footage und es ist in den Nutzungsbedingungen des Spiels garantiert eben nicht erlaubt dass du Spielinhalte Spielszenen ähm hochlest auf YouTube ähm 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 und von daher äh hat er da einfach die Handhabe was anderes ist es eben wie zum Beispiel bei Minecraft wo halt der Publisher oder der der Programmierer sagt hier Leute äh ihr habt generell meine Erlaubnis die Videos äh Videos vom Gameplay auf YouTube hochzuladen und dann ist es ja nochmal extra ob er dann auch die Monetisierung erlaubt hm ja also da muss man immer von Fall zu Fall gucken ne und äh interessant ist es natürlich dann wenn halt da entsprechende Viewzahlen zusammenkommen wobei ähm das nicht unbedingt ein Muss ist also ich sag mal äh jetzt wenige Views zu haben äh schützt einen nicht davor dass da auf einmal jemand auf einen aufmerksam wird ähm und dann sieht wie er von einem Geld verdienen kann ne notfalls per Abmahnung ne ja äh besonders wenn er wie sie auf Content eines Spiels kontenziell viele Views bekommt und den Erfolg in Form von weil man dann wenigstens nicht als kleine Entschädigung haben kann ähm ja wieso warum sollte er dafür entschädigt werden dass er Videos bei YouTube hochlädt hä macht er doch alles freiwillig ne von daher ähm Nintendo ist glaube ich da äh ja ganz ganz stark dahinter her dass eben äh keine Inhalte äh veröffentlicht werden ähm haben dafür auch glaube ich einiges an Prügeln einstecken müssen aber man hält sich glaube ich dran es ist Sache des Publishers des Rechteinhabers was er erlaubt und was er nicht erlaubt ne so dann ziemlich viel Feature Action in dieser Bausession meint hier Hongs und die Station scheint ja richtig groß zu werden ganz schön verzweigt ne Hamsterheaven inzwischen was YouTube angeht was soll man dazu noch groß sagen ja die Plattform wird Tag für Tag unwirtlicher ähm der Haken ist aber eben dass es keine wirkliche Alternative angibt ne die Masse der Zuschauer und die interessiert die YouTuber ja ne die wollen ihre Zuschauer ja erreichen eben möglichst viele ähm gibt es halt nur auf YouTube und nicht woanders das ist halt die Sache ne ähm Google kann sich all diese Scheiße nur erlauben dass sie gegenwärtig leider so eine Art Monopolstellung haben richtig ja ähm sobald es eine ernsthafte Alternative zu YouTube gibt von den alleine von den von den Nutzerzahlen her von den Zuschauerzahlen her das ist das einzige was da zählt ähm wird man sich auf YouTube denke ich mal ganz schön warm anziehen müssen und dann kommt da vielleicht auch mal endlich Vernunft in die Hirne rein aber vorher nicht keine Chance ähm ähm ja Content-ID-Bocken ist aktuell einfach dass sie da die Schrauben angezogen haben ähm grundsätzlich ist dieses Content-ID-System ja schon sinnvoll weil es einfach YouTube eine Menge Arbeit abnimmt ähm und YouTube einfach auch äh viele Prozesse erspart ja muss man auch mal sehen und damit Kosten für Rechtsanwälte ähm ähm und äh bei dem Upload-Volumen auf YouTube was da täglich an Videos hochgeladen wird ähm das muss halt einfach automatisch abgeglichen werden und kontrolliert werden ne und jeder Automatismus hm ist halt nur so gut wie er programmiert ist wie er entwickelt ist na und daher sind Fehler natürlich dann auch mal vorprogrammiert ja und dass man halt dann irgendwann an der Schraube dreht und nicht so richtig weiß was dann passiert klar ne äh langsam an der Zeit dass endlich mal jemand die Eier hat sowas durchzuziehen äh und eine Alternative zu YouTube auf die Beine zu stellen ja äh darauf warten wir darauf warten aber auch viele andere wie gesagt im deutschen Raum gibt es ja bereits äh Mai Video und äh Clipfish aber äh einfach von den Nutzerzahlen her sind es für mich als äh als Videoproduzent keine ernsthaften Alternativen zu YouTube ne mal von der Bedienung her ganz abgesehen auf die man sich vielleicht einfach nur umstellen müsste ja aber ähm von den Nutzerzahlen dort ähm ja nimmt man einfach bei YouTube äh vieles in Kauf und die Nutzerzahlen sind da einfach das Entscheidende ach aber das hatte ich ja schon schon mehrfach gesagt ähm kaum ist eine brauchbare Alternative da wird YouTube ganz schnell tot sein sowas von tot ähm ja der Haken ist halt eben diese brauchbare Alternative ja und äh das brauchbar heißt eben nicht nur dass es von der von der Oberfläche Struktur Bedienung und so weiter her sinnvoll ist und von sowas wie dem Umgang mit mit Urheberrechten etc. pp ja sondern eben auch ganz 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 wichtig das Wichtige überhaupt worauf es ankommt sind die Nutzerzahlen ja sobald die irgendwo da sind haben wir hoffentlich eine ernsthafte YouTube Konkurrenz vorher nicht ne und klar darauf warten viele aber irgendeiner muss halt dann auch mal machen ne wie gesagt wenn ich die Plattform wechsle wonach es momentan nicht aussieht sag ich euch auf jeden Fall Bescheid im Grunde muss nur einer haben als erster das sinkende Schiff zu verlassen ja es gehen ja schon viele Rainer Schauder hat es angesprochen in einem seiner letzten Videos wo er halt viele gute Kanäle vermisst und es sind halt eben doch die guten Kanäle die mit einem gewissen Anspruch an sich selbst einem gewissen Niveau jenseits des Massengeschmacks die dann einfach gehen auf YouTube und irgendwo anders auftauchen dann wieder oder die halt einfach was ganz anderes dann machen es sind leider eben die guten Kanäle die gehen schade drum aber so ist es halt einfach ne dieser Google Kragen hätte sich jemals zu YouTube krallen dürfen naja ne sie hatten YouTube ja schon eine ganze Weile bevor das hier mit der Zusammenführung und so weiter anfing na andererseits bei Facebook sagt auch keiner was dagegen dass das so ein Krake ist also von daher es sind einfach die die Nutzer die keine Alternativen nutzen im wahrsten Sinne des Wortes von daher im Videomanager gibt es den Punkt wir können ja mal einfach gucken hier in den Videomanager rein mal sehen wo sie ihn jetzt versteckt haben hier Urheberrechtshinweise und wenn du keine hast dann ist dieser Punkt unter Umständen gar nicht da aber wenn du welche hast dann ist er da ne schauen wir mal rein ja da ist es die Musik gut das Ding ist auch schon uralt ja da kann man also nichts mehr machen und gute Frage was es hier ist ist auch schon zu alt um da was zu machen das ist ja von 2012 2011 die Sache da kann ich also keinen Einspruch mehr einlegen ok zurück zu den Kommentaren nein keine Stimme ich hatte noch extra ausgemacht so machen wir tatsächlich hier 449 jawohl das haben wir cool damit sind wir mit den Kommentaren soweit durch dass also das hundertste gute Zeilen schlechte Zeilen mit meiner Waschmaschine im Hintergrund die schleudert und den Kommentaren zu den Minecraft folgen let's showplay 447 bis 449 ich zeichne gleich das nächste gute Zeilen schlechte Zeilen auf wir sehen uns also dann wieder bis dahin bleibt mir treu bleibt mir gewogen empfiehlt mich weiter adjö mit ö